In Pichel im wunderschönen Enztal erwartet Gäste aus aller Welt ein besonderes Quartier. Die Pension Astelhof. Zwölf bestens ausgestattete Doppelzimmer und das 50 Quadratmeter Apartment glänzen hier mit herrlichen Wohlfühlambiente. Dank dem erstklassigen Frühstücksbuffet müssen sie Sommers wie Winters nicht mit leerem Bauch auf Piste oder Wanderweg starten. Die Lage des Ortes Pichel nahe der Ski- und Wanderregion Schladming-Planei macht die Pension Astelhof zum idealen Ausgangspunkt für ihre sportlichen Aktivitäten. Traumhafte Hänge laden im Winter zum genüsslichen Karven ein, während Wanderliebhaber in den Sommermonaten so richtig auf ihre Kosten kommen. Zurück in der Pension Astelhof wird Ihnen Ihr Menü kredenzt. Die österreichische Traditionsküche zeigt sich hier für Sie von Ihrer allerbesten Seite. Lassen Sie sich im Wellnessbereich verwöhnen und tanken Sie Energie. Mehr über den Sommercard-Partner finden Sie auf www.astelhof.at Lassen Sie Fernsef Untertitelung des ZDF, 2020